Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Oberarm-Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther, der YouTuber-Story. Und es geht los, das Final Battle der Story, gegen Missing Now. Ab geht's. Wenn ich nicht geheilt werde, dann ist da hinten die Tür. Missing Now, Glitch Missing Now. So, haben wir schon einmal bekämpft und da war er so der leichteste Gegner im Spiel gefühlt. Jetzt hat er schon mehr Attacken benutzt als letztes Mal im ganzen Battle. Missing Now. Das ist keine gute Performance für einen Endboss. Äh, ähm, das war gar nichts. Leute, episches Final Battle. Das kann nicht möglich sein. Was passiert hier? Wo bin ich hier? Willkommen in Glitch City. Der Heimat aller fehlhaften Pokémon. Fehlerhafte Pokémon? Ja, wir leben nur durch einen Fehler. Dabei wollen wir selber Pokémon sein. Und jetzt sind sogar Menschen Pokémon. Wir fragen uns dann immer, wieso könnt ihr uns nicht akzeptieren, wie wir sind? Wir wollen auch Pokémon sein. Warum? Lasst ihr uns nicht sein. Wir haben auch ein Recht auf Existenz, oder? Wenn du so scheiße kämpfst, nicht? Aber alles, das ist Schwachsinn. Nur Wunschgedanken. Verschwinde, ich will dich nie wieder sehen. Du bist vollständig. Den Anblick kann ich nicht ertragen. Ich will ihm helfen. Er wollte auch nur ein Pokémon sein, aber er ist zu gefährlich. Er hat ihn die ganze Welt zerstören wollen. Nee, ich werde dir nach draußen helfen, damit du ein vollständiges Pokémon wirst. Hier gibt es keinen Weg raus, nicht? Nur dich? Oh, ihr habt wieder Vertragung. Da ist Günther. Das bringt mich auf eine Idee. Wegen dem Bild, aus dem Missing No Stammt. Das habe ich im Original gezeigt. Ich guck mal kurz. Ich hab das Bild offenbar nicht mehr. Ich hab's jedenfalls nicht gefunden. Wer's sehen will, guckt. Der Broken Story. Einer redet dich an meinen Namen, aber vergiss diesen Platz. Ich habe ihre Sicherheit versprochen, aber versagt. Was passiert hier? Endlich spürst du die Dunkelheit. Nun vernichte Günther. Okay. Hängt an. So, jetzt das echte Final Battle. Die dunkle Macht, die Besitz von Missing No ergriffen hat. Die echte dunkle Macht. Ihr werdet es bereuen, uns ignoriert zu haben. Der letzte Gegner. Ab geht's. Eins gegen sechs. Oh, Junge. Ich weiß nicht, welche Pokémon außer Missing No es hier geben wird. Aber ich weiß jetzt schon, dieser Kampf wird alles andere als ein Pa... Der greift jetzt einfach an. So, Missing No Elts Lied. Aber der hat mir schon fast die Hälfte der Leben abgezogen. Die anderen dürfen nicht so stark sein. Ansonsten, das wird hier wirklich nicht leicht. Was? Ah, das ist jetzt wirklich... Ich habe schon bemerkt, dass es ein Pokémon mehr war als letztes Mal. Das ist die dunkle Macht, die Missing No eben wirklich eingenommen hat. Der vermutlich stärkste Gegner. Und... Was? Das Ding kommt mit Erdbeben an. Wie will ich das schaffen? Wie will ich das schaffen? Und jetzt spielt keine Musik mehr. Das ist... Uncool. Wirklich, ich gewinne das letztendlich vermutlich dadurch, dass ich hier mit der Zeit Level bekomme. Willkommen. Hieb mich. Greif mich an. Greif mich an. Greif mich an. Greif mich an. Hm. Okay. Jetzt ist die Frage. Geht er direkt wieder auf dunkle Machtmissingau? Was ich mir sehr sicher bin, wird das stärkste, ja, das stärkste der Pokémon hier sein. Sehr interessantes Design. Hat mich vor allem am Anfang eher an so ein seltsames Kramworks erinnert. Eisstrahl kann er noch. Erdbeben ist bedrohlich, ja. Okay. Hoffen wir, dass ich jetzt nicht von irgendwas getötet werde. Sehr schön. Dunkle machtmissing Neues raus. Und wisst ihr, Moment. So, wir bleiben hier nicht ohne Musik. Wir bleiben hier nicht ohne Musik. Und wenn ich sie selber mache, also mache, ne. So. Biss. Klingt gut. Auf jeden Fall besser als das. Ich hab natürlich jetzt so auf Improvisation, keine Ahnung, wie laut die Musik für euch im Vergleich zu mir ist. Geist. Wirkt wie ein ganz guter Punkt, um mir kurz ein Item zu gönnen. Bezweifel, dass das Ding hier... Ähm. Die Attacke ist definitiv falsch programmiert. Die dürfte eigentlich nur treffen, wenn ich angreifen würde danach. Aber ich hab'n Trank genutzt. Egal. Stilett. Wir kämpfen hier jetzt gegen lauter verschiedene Glitch-Pokémon offensichtlich. Deshalb schade, dass es anscheinend nicht wirklich möglich ist, die Reihenfolge einzustellen. Weil dunkle machtmissing Neues wäre schon als letztes cool gewesen. Andererseits wär' ich dann vermutlich direkt im E-Try daran gestorben und wär' leicht frustriert, weil ich das Ganze davor auch hätte wiederholen müssen. Boah, Elektro ballert aber auch hier. Ähm, jetzt mal legit. War's das? Das war's in der Tat. Vor allem, ich verliere, muss 2000 abgeben und krieg für einen Sieg 200. Ich mein' ja, Geld ist das Wichtigste in dieser Situation. Ich bin YouTube-Partner. Spielt jetzt gleich wieder Musik? Was? Okay. Was ist grad passiert? Du hast mich angegriffen, weil die dunkle Macht gesagt hat, komm hier, zack, zack, Schelle. Ich war kontrolliert. Ja, aber jetzt, wo du's sagst. Du hast mich trotzdem geholfen? Ich werd' alles wieder gut machen. Ich werd' den Schaden beheben. Ui, alle sind wieder lebendig. Entspann dich, Brudi. Wie bist du hier reingekommen? Durch die Tür. Was? Ja, das stell dir in eine Welt, wo alle Glitch-Pokémon friedlich miteinander leben können. Wie Pokémon. Und, äh, ja, geht's, Günther, hier reist. Warum würdest du was für mich tun? Schließlich hab' ich alle getötet. Äh, jeder Pixelmatsch auf Mattenplatz. Was ist mit dir los? Also... Okay, warum nicht? Ja, also du musst schon folgenden Satz sagen. Ach Gott. Was kommt jetzt? An alle Poker und da draußen. Sorry, dass ich euch umgebracht hab. War vielleicht nicht so cool. Also, ja. Äh, sorry, dass ich ein bisschen weizig war. Missing, nur... Gut gemacht, Missing, nur, dass mein Angebot somit bestätigt. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Das ist Dankbarkeit, Digga. Äh, dann, danke, Günther, Pixelmatsch und alle anderen, die geholfen haben. Den Dank. Ach, dieses Mal wird das Bild von selbst eingeblendet. Misst ihr doch nicht in Brody Story reingucken. Und dieses Bild ging's. Und Lettel, Alter. Die Dinger, die da unten rumlaufen. Die so ein Vollriegelgesicht haben. Digga, ich will, dass das Pokémon sind. Und die links daneben. Okay, bisschen drüber und links. Äh, die find ich auch so cool. Missing Now landet in einer Pixelmatsch. Weltenkopie. Günther will, der währenddessen aus Glitch City raus. Hier sieht alles so gleich aus. Wo bin ich? Ich kann nicht mehr. Glaub, ich wär tot. Ende. Nein. Nicht Ende. Ja, es ist immerhin der Schatten, der Schatten will, die Drecksarbeit zu machen. Kannst du mir nicht helfen, Maschetto? Günther wacht doch auf. Es nützt nix. Er bewegt sich da ein Stück. Meinst du etwa erst? Günther hat uns alle ge- Das ist so toll, wie Günther das sagt. Darf man nicht sein? Äh. Hat er sich grad bewegt? Ja. Günther, du lebst. Ich seh dich nie wieder. Moin. So fanden sich schließlich Günther und Entham wieder. Ende. Verdammte Schein. Nein, nicht Ende. Warum kommt mir das bekannt vor? Ja, das ist das gleiche Licht, wie damals, als du aus der Welt verschwunden bist. Heißt das, ich muss aus der Welt verschwinden? Anscheinend nicht nur du, ne? Nagi, du auch? Alle Menschen müssen nach Hause gehen, um die Pokémon-Welt zu beschützen. Heißt das, wir sehen uns nicht wieder? Äh, wir können doch sicher einfach wiederkommen, oder? Äh. Alle Pokémon-Welten werden von der Menschen-Welt getrennt. Ich hab' nicht gedacht, mich wieder zu finden, Genji. Jetzt muss ich mich wieder verabschieden? Ja, sorry. Okay, ehrlich gesagt hab' ich keine Ahnung, was ich sagen soll, außer... Äh, danke, dass ihr mir trotzdem vertraut. Äh, gibt nen guten Grund, dass wir vertrauen, selbst wenn du uns erfunden hast. Äh, kein schlechter Mensch wird so'n Ort erschaffen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das grad gehört hattet, das dunkle Materie-Beckel-Theme. Das war mein Handy-Klingelton. Wir haben nämlich kurz vor den Schulschließungen, äh, noch ne Englisch-Klausur geschrieben. Und unsere Englisch-Lehrerin hat jetzt gemeint, wenn wir wollen, sollen wir ihr unsere Handynummer sagen, ruft sie irgendwann die Woche an. Und sagt uns dann halt, was wir geschrieben haben. War jetzt schon sehr früh, Montag, 10 Uhr morgens. Kann sein, dass sie bei mir halt gleich als erstes angerufen hat, weil, ich sag's ehrlich, ganz aufs Streber. Ich hab' ihr vorgeschlagen, dass sie das macht. Ich hasse es, wenn ich meine Noten so ebend nicht erfahre. Ich beschwär mich auch auf keinen Fall oder Stufe 11 Punkte, glatte 2. Und vor allem dafür, dass ich an dem Tag, äh, als wir die geschrieben haben, ziemlich krank war und direkt nach der Arbeit erste, zweite auch nach Hause gegangen bin. Aber das ist nicht alles. Du bist nicht vom Weg abgewichen und dir treu geblieben. Bist nicht böse geworden und hast dich nicht mit der dunklen Macht verbunden. Warum sollte ich? Ja, ich muss mich auch bei euch bedanken. Egal, was Gütterlei geschrieben hat, was mit mir passiert, war gut mit euch zusammenzuarbeiten und zu spielen. Wollte ich auch ziemlich vermissen. Nur eine Frage, was ist mit Hydropia und Mikrosma passiert? Den geht's gut. Mikrosma hat mir eine telepathische Nachricht geschickt. Bleibt bei beiden. Sie würden sich auch dann persönlich verabschieden, aber sie sind, äh, wir sind weit weg, deswegen soll ich's ausrichten. Egal, was passiert, vielen Dank, Glotteck und Gütterle sind's geholfen, ab die Welt zu retten. Ja, bleibt gesund. Eigentlich hätte ich euch jetzt, äh, schon längst verraten um die Uhrzeit, aber wir sind nicht in der Walrus-Edition. Also, ja, super Sache. Komm, dieser Zwinkers-Emojner, der passt ja mal gar nicht zu Mikrosma. Mikrosma, Hydropin, jetzt heißt's wohl Abschied nehmen, halt. Ich wünsch mir, es hätte ein bisschen länger gedauert. Nein, das ist kein Abschied, das ist ein Wiedersehen, was? Meinst du, es gibt einen Weg zurück? Ja, das wäre trotzdem Abschied. Klar gibt's einen Weg zurück, denn es gibt immer einen Weg dahin, wo man zu Hause ist. Man muss nur dran glauben. Stimmt, wir sehen uns dann zu Hause. Auch wenn das alles komplett unlogisch erscheint, ich freu mich. Äh, okay. Wenn ihr wieder zurückseht, müsst ihr mir alles erzählen, wie's bei euch aussieht und alles. Magishizuna. Ich bin glücklich, dass wir uns wiedersehen konnten. Ich nicht. Äh, äh, ich mein... War eine Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich freu mich schon drauf, wenn wir's wiederholen. Ja. Und da trinkt mich jemand, das bitte... Ich weiß, dass ich jetzt schwimmen kann. Wir werden noch auf viele Geheimnisse und Rätsel stoßen. Da bin ich mir sicher. Lass mich nicht hängen, Pantflammen. Mach ich. Also, dich hängen lass, ey, ich weine. Wir werden uns wiedersehen. Da. Äh, äh, nimmst du jetzt Lass damit, okay? Ich nehm den ganzen Haufen. Okay. Wie wir sagen, Floyd, Ladiast, wir werden Weg zurückfinden. Schließlich hat Winter diese Welt erfunden. Wäre irgendwie ein Witz, wenn er keinen Weg zurückfinden würde. Der warische Edition-Lore nach wohl schon... Äh, nicht. Aber ne... Dieser Lore nach. Äh, ich hab immer noch keine Ahnung, wie diese Welt entstanden ist, aber hey. Auch wenn alles gegen meine Logik ist. Ich freu mich, euch alle wiederzusehen. Ist das eine Herausforderung? Äh, genau. Warum sind alle so glücklich? Wissen sie nicht, dass es eigentlich kein Zurück gibt? Das, was du gerade siehst, nennt man Hoffnung, Gengar. Hast du deine Erinnerung zurück? Ja? Und ich müsste dafür danken, schließlich, dass du nicht durch alle Dimensionen gesprungen hast. Ja, freu mich zu hören. Ach was, du freust dich, Gengar. Ja? Ich glaube, ich verstehe, was sie fühlen. Hoffnung, wiederzukommen. Ich freu mich auch, euch beiden Freaks dann wieder zu besuchen. Gengar. Ich freu mich auf deine Rückkehr. Freak. So kehrten alle Menschen zurück in diese Welt. Anton hat sich bei Papinella entschuldigt, dass sie ihren Sohn entführt hat. Okay. Und der falschen Mütter gegeben hat. Sie alle genießen das Leben wieder kündig zusammen. In der echten Welt stellt sich eine entscheidende Frage. Warum sind alle Welten immer noch verbunden? Nur die Menschenwelt ist von der Pokémon-Welt getrennt. Weil wir zurückkommen werden. Ich habe alles zurückgeschafft. In der echten Welt gab es eine fette, fette Party. Ja, Ende. Wir wissen alle, dass es immer noch irgendwie locker drei, vier Folgen weitergeht. Anstupsen, sonst, äh... Wieso sind wir hier? Ihr habt nur alles zenechte gemacht. Das ist schön. Jetzt macht mein Sohn wieder auf. Du hast das alles für deinen Sohn gemacht? Ja, nee. Ich wollte die Pokémon-Welt zerstören. Das wäre der einzige Weg gewesen. Nein. Ist mir scheißegal. Das war die einzige Option. Ohne ihn hätte es die gar nicht gegeben. Da bin ich. Die Pokémon-Welt waren Gehirn, Daten meines Sohnes. Damit er aufwachen kann, müssen wir die Daten zerstören. Aber anstatt zerstören, erschufen wir diese Welten. Der fuhr es dann später, als ich Zeitung las, dass Menschen verschwinden. Ich konnte es nicht glauben. Dann entdeckte ich aber ein Virus in unserem Programm. Und gab ihm die Schuld. Möbelo! Wir dachten, wir könnten den Virus entfernen und alle Schäden guten, indem wir Leute wie Fragezeichen dann aufsammelten. Aber das war schon... Wie wir dann halt mal auch Chillast umbringen. Ja. Obwohl er tot war, lebt er. Ich hab keine eigenen Warum. Warum erzähl ich euch das eigentlich? Das wisst ihr doch sowieso schon. Und ich setz euch jetzt ein Ende. Ihr habt alles reagiert. Wir sind hier einer gegen neun, Digi. So, er meint, er zieht ja gerade das Fragezeichen, wenn irgendwas eingebaut hat. Deswegen gucke ich mich mal lieber ganz kurz. Ich weiß nicht, wo Günther ist. Günthers Haus. Lecker Döner. Ich hab lange wieder Zeit, aber ich will jetzt alles... Vor allem finde ich... Ich lebe persönlich, dass ich hier so mit so einem Sprite dargestellt werde. So der größte Kleinkindsprite. Oh nein. Gott, Ecke. Jawohl. Ich denke jetzt einfach mal, dass das das war, was Fragezeichen dann meinte, was er eingebaut hat. Und was ist das? Dragon Jokes Erinnerung, oh. Hehehe. Ich frag mich. Ich hab mich da schon so drüber lustig gemacht beim ersten Mal. Einfach... War das Ding schon letztes Mal so hart aus? Digga. Der krasse Antagonist, der alle Welten zerstören will. Der große Franz. Jawohl. Alter. Der hat... Der hat eine Chance. Vor allem, wenn das gerade so krass ist. Ah, all meine Angriffe auf Scheinux sind physisch. Der Punkt, den ich mich da gerade frage. Ihr wisst alle, dass noch die Liga kommt. Was wird dann da bitte abgehen? So, Scheinux ist raus. Aber ich hab ja mehr Pokémon. Die hier hab ich, okay. Du hast doch sicher einen Spitz-Scale in Angriff. Nur, du hast doch Elektroball. Der wird aber auch nicht viel machen. Digga, dieses Viech. Wenn die anderen auch so stark sind, bin ich ganz dick am Arsch. Meine ersten zwei Pokémon sind raus. Und gleichzeitig meine Höhe ist gelabelt. Digga, dieser Kampf. Ich sag's, wie's ist. Den verliere ich. Wenn ich das Ding nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Rumpen weg hab. Was? Ich dachte, er war Sternschauer speziell. Jetzt mach ich damit jetzt mal sinnvollen Schaden. Das kann ich nicht mehr gewinnen. Was ist denn das für Neues da? Das wird doch nicht one-hitten. Jetzt krieg ich einen Crip, genau. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Kampf noch gewinne, ist Toastbrot. Ich krieg zwar gescheit Erfahrung von dem Viech, aber... Ich müsste das hier mit Fragezeichen-Man und Flemly gewinnen. Obwohl... Alter, Fragezeichen-Man kriegt so viel Erfahrung... Das kann richtiger Game Changer sein. One Punch Man, ich hab eh keine große Wahl. Okay, vergesst es. Willst du mich platzen? Was ist denn das für ein Battle? Was ist das? Er kommt noch mit seiner Drachenwut. Ja, äh. Ich hab schon gehört, dass das Spiel am Ende schwer werden soll, aber... Ist das nicht ein bisschen... ...viel? Das ist ein bisschen arg. Und ich kann mein Inventar nicht öffnen. Ansonsten hätte ich jetzt gerne mit Fragezeichen-Man geladet. Ansonsten... Ich hätte jetzt sogar mit Fragezeichen-Man geladet. Level 18, Hydro-Pumpe, bis... Ich darf dem Ding hier nicht viel Zeit lassen. Ich geh jetzt direkt auf den Biss. Okay, dadurch, dass er sich noch nicht achtmal geboostet hat, mache ich ein bisschen... Was ist das? Wie will ich das schaffen? Vor allem, Digga, selbst wenn ich dieses Spiel gegen One Down hab, dann kommt One Punch Man mit Drachenwut. Er lebt. Oh, komm und jetzt der Kry... Ich krieg den Krys, immer. Weil ich ihn nicht benötige. Aber Fragezeichenmann kriegt wieder viele Level. Im Nötfall gewinne ich es in ein paar Versuchen, weil Fragezeichenmann komplett overpowered wird. Level 20 kriegt er auf jeden Fall noch. Ähm, soviel dazu. Ja, jetzt wird er hier direkt outspeeden und raushauen. Der outspeedet und sagt, okay, ich brauch mehr Speed. Aber er gibt mir ne Hydro-Pumpe for free. Und das ist wichtig. Wenn ich ihn nochmal treffen kann. Ja! Wenn ich ihn nochmal treffen kann. Dann muss er raus. Komm, nur noch ein Pokémon. Die Situation ist so viel besser. Dieses Mal gewinne ich. Dieses Mal gewinne ich. Level 20. Goku. Die Undesigned ist so hoch. Reicht, dass ich erteilen soll. Er lebt! Heart Carry! Heart Carry, jawoll! Heart Carry, jawoll! Easy! Oh, das ist immer so eine Reaktion. Das fällt mir selber auf. Ich werde von dem Zerstörten sagt danach, easy. Da ist was falsch. Und nun wird er Schnee aufmachen. Oh, Überraschung. Der Pokémon-Meister ist hier. Was? Du wolltest immer Pokémon von mich. Aber hättest du mich darauf vertrauen können, dass ich durch Pokémon aufmachen kann? Was? Setzt soll ich dir glauben? Ja? Es wäre ohne Pokémon totiglich. Was? Wenn du noch immer nicht überzeugt bist, dann muss ich jetzt ganz zufälligerweise kämpfen. Du kleine Drecksau. Ah. Ah. Kann ich das nochmal zurücknehmen, dass ich den Kampf angenommen habe, wenn der mit Glurak... Kleiner! Gott sch... Ja! Warte, was? Ich dachte, er ist tot! Ähm. Womit kann ich Glurak outspeeden? Womit kann ich Glurak outspeeden? Am ersten hier. Die Sache ist die, wenn ich es noch mit Rachen rauskriege... ...wäre... ...dezer... ...ahhh... ...ahhh... ...ruckzuck hieb, ruckzuck hieb! Du kriegst nichts mehr raus. Okay. Das Glurak ist schon mal als sehr große Gefahr raus. Und Shinox leider auch. Pikachu auch für Glurak outspeeden. Pikachu auch für Glurak outspeeden. Okay, Shigya ist nächstes. Das ist sehr, sehr gut. Ja, Pikachu Elektroball wird reinhauen. Ist das dein Ernst? Kann eventuell mal... ...ein gegnerisches Pokémon nicht mit einem Edge-Spiel überleben? Und dafür nehme ich dann den Damage! Müsst'n los! Ich glaub, Taubos wird leider ausspeeden. Aber wenn nicht... Ja! Wenn du mit einem Edge-Pieber lebst, ja, nja. Aber es ist guter Damage. Und es tötet nicht! Okay, meine Elektro-Pokémon habe ich verloren. Das Gutes! Wir haben immer noch Fragezeichen, man! Wo du bist töten, Aquaknabe? Ich geh auf Aquaknabe! Das macht nichts Sinn! Das ist die Edge! Du criptest mich nochmal! Oh! Ja, ey, es ist doch dumm! Ich krieg die Crips nur, wenn ich sie nicht brauch! Alter, in diesem Kampf ist aber das IMG gar nicht auf meiner Seite! Pikachu! Ich hab keine Ahnung, ob das dann da mal überhaupt eine gescheite Bodenattacke hat! Aber es hat auf jeden Fall Immunität gegen Elektro! Ah, hat's nicht! So! Okay! Komm, mein Walzer muss ein paar Hits landen! Mhm! Einer noch und es wär tot! Sandamas Defense ist komplett... Die Sache ist die! Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Ding da keine Angriffe hat, die keine Elektro-Typing haben! Okay, so ein Ruckzuckib oder Tacklen ist eigentlich schon Hammer da! Auf jeden Fall hat's geklappt! Sandama hat Pikachu besiegt, ohne Damage zu nehmen! Kriegt dafür ein Level mindestens eins! Und ich glaube, wir sind dann beim letzten Pokémon von ihm, wenn ich richtig mitgezählt hab! Worauf ich ihn nicht wetten würde! Bisasam! Ich hatte doch noch... Feuer dabei, ne? Flemmli ist noch! Ist mit Abstand das niedrig... Okay, mit Abstand ein Level! Ist das niedrigst gelevelte, aber... Das müsste das letzte sein! Oh nein! Ja! Oh Gott! Das macht nicht viel! Da burn! Da burn! Ich brenn dich auch mal! Vielleicht brenn dich gleich mal richtig! Warum hast du eigentlich den Titel Pokémon-Meister? Gewinnen tust du ja nicht! Nur in Alolama! Außerdem... Darf man mit dem Alter überhaupt Pokémon-Meister werden? Und altern tust du ja offensichtlich nicht! So, ähm... Kann das Ding überhaupt gescheit angreifen? Ja! Das AMG in diesem Kampf! Pfff! Ich wurde geschwindig gekrittelt! Aber der Burn und das zusammen noch mit dem Rückstoß da gerade... Der ist tot in der Runde! Ich bin mir sehr sicher, dass der Burn reicht! Muss er aber gar nicht! Es ist egal! Wir haben Ash besiegt! Wir haben Ash besiegt! Wir sind jetzt normalerweise wirklich nicht mehr weit weg vom Ende des Games! Und... Ich glaube, es kommt noch die Liga, ein weiterer Kampf und das war's! Außer es wurde was geändert! Scheiße! Ich... habe mich... verzählt! Das ist... absolut... kacke! Das wird... Flamly töten! Das kann Sandama One-Shotten! Fragezeichen! Dann muss es irgendwie besiegen! Und der hat keine... Ähm... Auch nur neutralen Attacken! Ich schicke Sandama rein! Und nutze es als Heel-Turn! Ich könnte auch Schein-Ux reviven! Ja! Raus im Regen! Habe ich mir gedacht! Dann kann ich jetzt Shigi rein senden! Fragezeichen! Oh Gott! Es wird jetzt auf jeden Fall krass! Und... Dieser Regen... Ist wirklich kein... Ist wirklich kein Vorteil für mich! Fragezeichen! Man würde auch profitieren! Das weiß ich! Aber... Ich gehe mal ein bisschen auf Risiko! Ich kann mir vorstellen, dass der nicht so viel Damage machen kann auf Fragezeichen! Man! Auf jeden Fall wenig genug damit sich das gelohnt hat! Dann Schein-Ux hochheilen! Ich werde die Heels eigentlich noch brauchen! Das ist das Problem! Schein-Ux full life! Body-Slam! Tötet nicht! Ich hoffe ich kann nochmal Items kaufen vorm Finale! Also vor der Liga oder in der Liga, keine Ahnung! Irgendwie an Items kommen! Ohne wird das komplett! Überforderung! So! Jetzt habe ich mir eine ganz gute Situation erschaffen! Wie stark sind meine Wasserattacken? Ich meine der Regen hilft nicht nur ihm! Wow! Und trotzdem ist es die beste Option! Bis es auch nicht sehr effektiv! Ich krieg noch mehr raus! Komm! Krip, 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 krip! Nein, aber trotzdem! Sehr gut! Das werde ich gewinnen! Ich bezweifle, dass es Schein-Ux one hicken kann! Wenn es überhaupt outspeedet, womit ich aber schon rechne! Und Schein-Ux wird definitiv mit einem Funkensprung das ganze Ding hier, äh, der wird das Game beenden können! ... Ist das ein verschissener Joke? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.